Microsoft Excel hat so viele Funktionen und Leisten, dass ich wahrscheinlich mehrere Tage brauchen würde, um alle aufzuzählen. Heute möchte ich mit dir über die Statusleiste reden, die am unteren Rand deines Excel-Dokumentes zu finden ist. Du kennst sie wahrscheinlich aus gewissen Funktionen, aber heute möchte ich dir den kompletten Funktionsumfang zeigen, was sie alles kann und was du dort alles sehen kannst. Der große kleine Helfer im Detail. Falls das Ganze gut klingt, überleg dir diesen Kanal zu abonnieren und bleib jetzt dran. Die Statusleiste ist immer auf der unteren Seite jedes Excel-Dokumentes anzufinden und dort kannst du unterschiedliche Dinge einstellen, anzeigen lassen, aber von dort auch vieles aktivieren oder auch deaktivieren. Du kennst sie wahrscheinlich vom ersten Feature, das ich dir zeigen möchte und zwar dem Zoom-Feature. Mit dem Minus kannst du dein komplettes Excel-Datenbankblatt verkleinern oder wieder vergrößern. Auf der rechten Seite hast du nochmal den Zoom in genauen Prozenten dargesetzt. Hier kannst du einmal draufklicken, dann öffnet sich der Zoom-Modus und hier kannst du entweder auf einen benutzerdefinierten Wert wechseln oder direkt spezielle Werte einstellen. Um das Ganze zu aktivieren oder deaktivieren, kannst du überall in der Statusleiste rechtsklick machen und hast dir alles, was du für die Statusleiste hast, angezeigt. Hier ganz unten hast du den Zoom-Regler und den Zoom selbst. Der Zoom-Regler aktiviert natürlich den Zoom-Regler auf der rechten Seite, aber wenn du ihn nicht benötigst, kannst du hier deine Dinge ein- und ausschalten. Wenn ich den Zoom deaktiviere, dann wird auch der komplette Zoom deaktiviert und ich kann jetzt nicht mehr rein- oder rauszoomen. Das heißt, wenn du nicht möchtest, dass du rein- oder rauszoomen kannst, kannst du das hier deaktivieren. Wenn du Steuerung und das Rad drückst, kannst du allerdings trotzdem noch rein- und rauszoomen. Rechts davon siehst du die unterschiedlichen Seitenanzeigen. Zuerst siehst du links natürlich die Normalansicht, wie du es kennst. Du kannst hier ganz normal darin arbeiten, du kannst nach unten scrollen oder auch nach rechts scrollen. Als nächstes haben wir das Seitenlayout, mit dem du vermutlich ebenfalls schon gearbeitet hast. Hier siehst du, falls du das Dokument ausdrucken möchtest, wie es momentan ausgedruckt werden sollte. Um diese Spalte ebenfalls auf die erste Seite zu bekommen, kannst du dich hier mit den Spaltenbreiten ein bisschen spielen, dass es eben gut passt. Oder du verwendest die dritte Seitenansicht und das ist rechts unten ganz rechts die Umbruchvorschau. Hier hast du ganz klein deinen kompletten Inhalt auf deinem Tabellenblatt angezeigt und hier siehst du, was auf der ersten Seite angezeigt werden soll und was auf den anderen Seiten. Und wenn du möchtest, dass das hier unbedingt auf der ersten Seite angezeigt werden soll, kannst du einfach den blauen Strich nehmen und ihn einfach auf die rechte Seite ziehen. Wenn ich dann wieder auf die Ansicht gehe, dann sehe ich eben, dass das auf meiner ersten Seite ist. Wie du siehst, ich kann da auch sagen, ich möchte das auf keinen Fall auf der ersten Seite haben, dann kann ich das zum Beispiel hier rüber ziehen. Wenn ich es mir dann ansehe, dann schaut das eben so aus. Das heißt, mit dieser Umbruchseite kannst du ganz genau festlegen, wie du deine Dokumente ausdrucken möchtest. Das beeinflusst aber natürlich nicht deine normale Ansicht. Nachdem wir jetzt die ganzen sichtbaren Features durchgenommen haben, möchte ich jetzt auf die Berechnungsarten und die Berechnungsanzeigen eingehen. Wenn du zum Beispiel eine Reihe von Zahlen anvisierst, also hier drüber fährst, dann siehst du rechts unten, du hast eine Anzahl. Das bedeutet, du kannst ja hier entweder mit der Funktion ist gleich Anzahl deine Anzahl errechnen oder wenn du es nur ganz schnell haben möchtest, einfach drüber fahren und wir haben hier auf der rechten Seite mehrere Informationen. Zum einen siehst du die Anzahl, das bedeutet, du hast gerade sieben Zellen markiert, dann siehst du das schnell und auf der rechten Seite rechnet er dir direkt die Summe zusammen, was das insgesamt ergibt, in dem Fall 625. Das ist allerdings nicht alles, was die Statusleiste kann. Wenn du rechtsklick drückst, hast du hier mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich ebenfalls den Mittelwert aktivieren, dann kann ich noch das Minimum aktivieren und sogar das Maximum. Das heißt, wenn ich das jetzt alles noch einmal markiere, der Mittelwert ist 90, die Anzahl aller Werte 19, der kleinste Wert ist 35, der größte 126 und insgesamt 1715. Das heißt, mit diesen Werten kannst du super schnell direkt irgendwelche Werte in deinen Excel-Tabellen durchschauen, durchrechnen und den Überblick behalten. Wenn wir noch einmal reinschauen, sehen wir, wir haben noch eine Reihe anderer Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir hier direkt die Makroaufzeichnung aktivieren. Das heißt, ich werde jetzt nicht in den Makromodus gehen, aber wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich eben auf der linken unteren Seite hier, könnte ich jetzt ein Makro starten. Das würde grundsätzlich funktionieren, indem ich auf den Entwicklermodus gehe und dann hier ein Makro aufzeichne. Wenn ich das Makro dann aufzeichne, ich aktiviere das mal ganz kurz, dann habe ich eben hier ein Viereck, wo steht Aufzeichnung beenden. Das heißt, wenn ich dann irgendwie hier drinnen arbeite, müsste ich, um ein Makro zu beenden, noch einmal in den Entwicklermodus reingehen und hier drücken. Allerdings siehst du links unten, jetzt hat sich das hier unten ebenfalls in ein Viereck verwandelt. Das heißt, wenn ich das Makro beenden möchte, kann ich dann einfach hier links unten auf das Viereck drücken und das Makro wurde direkt aus der Statusleiste beendet. Mit einem weiteren Rechtsklick kann ich noch ein paar Sachen anstellen. Zum Beispiel kann ich hier sagen, ich möchte angezeigt bekommen, wenn mein Numpad aktiviert ist oder wenn die Feststelltaste aktiviert ist. Das sehen wir ebenfalls links unten. Wenn ich zum Beispiel mein Numpad aktiviere, dann sehe ich das Wort NUM hier stehen und wenn ich die Shift-Taste aktiviere, dann steht eben Feststelltaste. Das heißt, ohne dass ich meinen Blick auf die Tastatur legen muss, sehe ich eben hier drin alles, was aktiviert ist bzw. ob ich es deaktivieren sollte. Eine ebenfalls sehr coole Anzeige in der Statusleiste ist die Sheet-Nummer. Also die Seitennummer, die siehst du natürlich hier drinnen nicht. Aber wenn ich auf meine Seitenanzahl gehe, siehst du hier links unten Seite 1 von 1. Und wenn ich hier rüber gehe, steht da Seite 2 von 2. Das heißt, er sagt mir genau, auf welcher Seite ich mich aktuell befinde zum Zeitpunkt der Zellenreferenz. Zum Schluss gibt es noch eine sehr coole Funktion, nämlich der Zellenmodus. Der ist hier oben und den kannst du ebenfalls aktivieren. Jetzt steht links unten bereit und ich schätze, du hast das Wort bereit dort schon einmal öfter gelesen und hast noch nicht wirklich gewusst, warum dort bereit steht. Bereit bedeutet, wenn ich in einer Zelle drinstehe, aber sonst noch nichts mache, dann ist Excel bereit, jetzt eine Funktion oder eine Aktion auf dieser Zelle durchzuführen. Wenn ich jetzt Doppelklick mache und drinnen steht zum Schreiben, steht links unten Eingeben. Das bedeutet, aktuell bin ich im Modus Eingeben. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel eine Funktion eingeben, zum Beispiel die Anzahlfunktion aller meiner Länder. Das wäre überhaupt kein Problem. Das heißt, jetzt bin ich wieder bereit. Wenn ich jetzt reingehe, sehe ich, jetzt bin ich im Bearbeiten-Modus. Das bedeutet, ich habe bereits was eingegeben und jetzt kann ich diese Werte eben bearbeiten. Wenn ich hier nochmal meine Werte rauslösche, dann bin ich noch immer im Bearbeiten und wenn ich jetzt nochmal die Länder markiere, hat sich das hier links unten in Zeigen geändert. Das heißt, ich bin hier nicht mehr im Bearbeitungsmodus drin, sondern ich bin hier gerade bei meinen Zellreferenzen, wo ich eben etwas zeige, beziehungsweise wo ich in meiner Zelle, in meiner Funktion auf einer Referenz zeige. Das heißt, jetzt bin ich gerade in Zeigen drin. Wenn ich jetzt weiterschreiben würde, dann würde es hier drüben meine Zellreferenz zerstören und das würde eben nicht funktionieren. Das heißt, auf der linken unteren Seite siehst du immer ganz genau, wo du dich gerade im Bearbeiten befindest und was du als nächstes tun kannst. Kleine Leiste, große Wirkung. Das war im Grunde alles, was ich dir über die Statusleiste in Microsoft Excel zeigen wollte. Falls dir was dabei war, was du noch nicht konntest, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, überleg dir das zu tun. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Falls du noch mehr richtig coole Funktionen aus Microsoft Excel kennenlernen möchtest, zum Beispiel wie du in der neuesten Version richtig cool mit Arrays arbeiten kannst, dann würde ich dir dieses Video hier ans Herz legen. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen durfte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.